Was ist denn das mit den Blumen? 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 Ich weiß auch nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal offen. Danke Ihnen für das... Danke Ihnen für das... Vielleicht noch eine Nachfrage. Können Sie sich vorstellen, dass... Ich glaube, dass meine Eheung zwar ein kleiner Hund, aber das läuft ja hier frei rum, muss er eigentlich in den Blumen, ich weiß nicht, dass er bleiben soll, dass er jemanden vielleicht trotzdem Angst hat? Ja, wenn kleine Kinder kommen, dann... Ja, oder auch erwachsen. Ja, erwachsen. Ja, da möchte ich jetzt hinter euch sprechen. Ja, okay. Es gibt da... Es gibt da... Es gibt gewisse... Ähm... Menschen, die haben Angst vor so einem kleinen... Äh... Äh... ...und... 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 Frühe sogar! Frühe! Frühe! Nee, 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 der tut nicht, der beißt nicht. Das ist ein süß. Aber wenn ich dann hier so... Ähm... ...große Tiere... ...sehe... ...und... 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 ...dann mach ich ihn... ...und... 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 ...damit die Eltern nicht... ...äh... ...h... ...wohle denn er wohl hingeht. Herzlichen Dank, Frau Brenner-Seize. Ja, habt ihr noch Fragen? Super, oder? Danke. ... ...und... ...und... ...dankeschön! Schönen Dank, Tridium und Yang, Kesslund Körn! Ehe? Ehe? Schönen Dank, Tridium und Yang! Jut! Das war eigentlich nicht gemeint! Super, danke! Ja? Ja? Ja... Ja... ...und... 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 ...und...